Ludger Stühlmeier ist ein deutscher Kantor, Musikwissenschaftler, Dozent und Komponist. Leben Stühlmeier stammt aus einer Musikerfamilie. Er sammelte frühmusikalische Erfahrungen in der Kantorei seines Vaters an der katholischen Stadtkirche St. Matthäus in Melle. Den ersten Musikunterricht erhielt Stühlmeier von dem Pianisten und Komponisten Musikdirektor Karl-Heinz Schäfer sowie Kirchenmusikdirektor Karl-Heinz Höhne am Konservatorium in Osnabrück. Nach dem Abitur am Gymnasium in Melle studierte er Kirchenmusik, alte Musik, Orgel und Gesang an der Hochschule für Künste Bremen. Kompositionsstudien betrieb er bei Helge Jung, Günther Kretschmer und Karl-Heinz Stockhausen. Gregorianische Semiologie belegte er bei Luigi Augustoni, Godehard Joppich und Johannes Berchmens-Göschel. Stühlmeier erhielt ein Stipendium der Studienstiftung des Bistums Osnabrück. An der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studierte er Musikwissenschaft, Philosophie und Theologie. Er promovierte an der Philosophischen Fakultät mit dem Dissertationsthema Curia Sonans. Die Musikgeschichte der Stadt Hof Eine Studie zur Kultur Oberfrankens von der Gründung des Bistums Bamberg bis zur Gegenwart. Die Studie wurde von der Friedrich-Bauer-Stiftung, der Oberfranken-Stiftung und der Wolfgang-Siegel-Stiftung gefördert. 1980 wurde er Kantor an der St. Petruskirche im Gesmold, 1986 an der St. Marienkirche in Bremen und 1988 Seelsorgebereichskantor im Dekanat Warendorf. Seit 1994 ist er Stadtkantor in Hof- und Dekanatskirchenmusiker für Hochfranken sowie Dozent und Mitarbeiter des Amtes für Kirchenmusik im Erzbestum. Bamberg Stühlmeier ist Mitglied der Internationalen Dieterich-Buxtehude-Gesellschaft und der Internationalen Valentin-Ratgeber-Gesellschaft. Er ist verheiratet mit der Musikwissenschaftlerin und Theologin Barbara Stühlmeier und Vater von Lea Stühlmeier. Sein Bruder ist der Pastoraltheologe und Pfarrer Thomas Stühlmeier. Wirken, sein Großvater Heinrich Stühlmeier, ein stiller Held des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, der aufgrund seines Einsatzes für die katholische Kirche und Verfolgte des Dritten Reiches 1940 in das KZ Ems Landlager verbracht wurde, war 47 Jahre an der Gesmolder St. Petrus Kirche tätig gewesen. Ludger Stühlmeier folgte ihm im Amte nach. Damit ging die Leitung der Kantorei St. Petrus und der Konzertreihe mit Orgelkonzerten, Kantaten-Aufführungen und Kammermusik einher. In diese Zeit fiel der Bau der neuen Schwalben-Nestorgel, integriert in die Kuppel der nach dem Vorbild des römischen Pantheon erbauten Kirche. Ludger Stühlmeiers Wirken als Seelsorgebereichskantor im östlichen Münsterland entfaltete sich im Rahmen eines Projektes zur Erprobung dieses neuen, musikalischen Berufsprofils im Bistum Münster. Damit verband sich eine breit gefächerte Chorarbeit mit einer aus Kinderchören, einem Jugendchors, Kirchenchors, Chor junger Erwachsener, Vokalensemble sowie einer Choralscholar bestehenden Kantorei. Neben der in das pastorale Konzept des Pfarrverbandes eingebundenen musikbasierten Gemeindearbeit initiierte er eine im Monatsturnus stattfindende Konzertreihe sowie regionale Kirchenmusiktage für den östlichen Bezirk des Bistums Münster. Zu Beginn seiner Tätigkeit in Hof begleitete er die von der Bonner Firma Orgelbauklei durchgeführte Restauration der historischen Steinmeier-Orgel, der Stadtpfarrkirche St. Marien. Besonderen Wert legte er dabei auf eine stilgerechte Restaurierung des als Denkmalorgel eingestuften Instrumentes der deutsch-romantischen Epoche, von denen nur mehr wenige original und unverändert erhalten geblieben sind. 1995 gründete Stühlmeier die Konzertreihe Musik an der Stadtpfarrkirche St. Marien innerhalb derer regelmäßig Werke zeitgenössischer Komponisten-Uhr aufgeführt werden. Im Dialog mit dem Musikwissenschaftler Klaus Beckmann führte er in einem Zyklus von neun Abendmusiken das gesamte Orgelwerk Dietrich Buxtehudes auf. Der von Stühlmeier gegründete Kamakor-Capella Mariana besteht aus einer internationalen Besetzung von Profimusikern und ambitionierten Laien. Mit der Erarbeitung von Musikwerken des Mittelalters bis zu Uraufführungen neu komponierter Kirchenmusik, widmet sich das Ensemble der Erarbeitung der gesamten Bandbreite der Chorliteratur. Im Mai 2003 übernahm er von dem damaligen Bamberger Diözesenmusikdirektor Domkapellmeister Werner Pes die Schriftleitung der Publikationsreihe Kirchenmusik im Erzbestum Bamberg, die er bis Juli 2010 innehatte. Anlässlich der EU-Erweiterung 2004 führte er gemeinsam mit der aus Zschäb stammenden tschechischen Musikerin Martina Kularova eine Reihe von Konzerten im Rahmen des deutsch-tschechischen Kulturaustausches durch. Für hervorragende künstlerische und pädagogische Leistungen ernannte ihn der Allgemeine Zerzilienverband für Deutschland 2013 zum Musikdirektor RACV. Bei Rundfunk- und Fernsehsendungen und Übertragungen arbeitet er mit Sendern wie dem Deutschlandfunk, Radio Horeb, dem Bayerischen Rundfunk und dem Zweiten Deutschen Fernsehen zusammen. Stühlmeier komponiert Werke für Chorskammermusik, Klavier und Orgel. Seine Kompositionstechnik wurzelt in dem Bestreben, den Aspekt der Hörerfahrung als kommunikatives Medium erlebbar zu machen. Dabei folgt er seinem Ziel, das Wesentliche im scheinbar einfachen Fokussierend, die Aussagekraft des auf sich selbst verweisenden Klanges zu öffnen, mit der sich philosophisches Denken ebenso verbindet wie spirituelle Erlebnisfähigkeit. Seine liturgische Musik ist inspiriert von den Gottesdienstformen der katholischen Kirche und dem Worttonverhältnis des gregorianischen Chorals, der die Komposition als Klangleib des Wortes definiert und umsetzt. In seiner kompositorischen Arbeit realisiert er das im II. Vatikanischen Konzil verankerte Verständnis von liturgischer Musik als innersten und im Sinne des bis Oratgikantat intensivierten Grundvollzug des Glaubens. Werke wie Transfiguration oder Zum Engel der letzten Stunde sind geprägt von avantgardistischer und aleatorischer Musiksprache. Seine für Kinder konzipierten szenischen Werke fördern in der Tradition seines Lehrers Günther Kretschmer, die Postulate ganzheitlicher Pädagogik aufgreifend, die Erlebnisfähigkeit der Kinder und ihre Freude am Singen und Gestalten. In konzeptionellen Gesprächen mit dem Münsteraner Regionalbischof Friedrich Ostermann schuf er die Grundlage für eine erneuerte Rezeption der Evangelienkantate für Kinder in der katholischen Liturgie. Werke Publikationen Kuria Sonans Die Musikgeschichte der Stadt Hof Eine Studie zur Kultur Oberfrankens von der Gründung des Bistums Bamberg bis zur Gegenwart Bayerische Verlagsanstalt Heinrichs Verlag Bamberg 2010 ISBN 978-389-889-155 4 Das Leben singen Christliche Lieder und ihr Ursprung Gemeinsam mit Barbara Stühlmeier Verlag Deberade Berg 2011 ISBN 978-393-9241-249 Bernhard Lichtenberg Ich werde meinem Gewissen folgen Gemeinsam mit Barbara Stühlmeier Topos plus Verlagsgemeinschaft Kebela 2013 ISBN 978-38367-08357 Kompositionen Atem Gottes hauch mich an Text Dorothee Sölle Für Gesang Solo und Klavier Orgel Auftragswert des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tuzing UA April 2013 im Rahmen einer Lesung mit Ursula Balzotto zum 10. Todestag von Dorothee Sölle Atme in mir Für Gesang Solo und Orgel Text Augustinus von Hippo UA 27. April 2002 Stiftsbibliothek St. Gallen Im Rahmen der Veranstaltung Augustinus Afrikanität Universalität Autograf in der Stiftsbibliothek St. Gallen Ave Maria Für Gesang Solo und Klavier Orgel UA 22. Mai 2016 Michele Rödel gewidmet Konditor Alme Siderum Für Chorstext Rabanus Maurus In Passauer Chorbuch Bärenreiter Verlag Kassel 2012 ISBN 979-000-654-215-4-S2F Die Legende von den drei weisen Königen Neues Geistliches Lied Text Rolf Krenzer UA 10. Januar 1999 ZDF Themenlied der Deutschen Sternsinger Aktion In Heinrichsblatt 1 Bamberg Januar 2011 Fest 13 Und das Leben singen Verlag DB Radeberg 2011 ISBN 978-3939241249S 33. Johannes Passion für Chor SATB und Gesang Solisten SATB Texte nach JOH 18,1-19,42 Berliner Chormusik Verlag Berlin 2014 ISMN 9790502352103 Klangrede Sonnengesang des Franziskus Für Chors, Flöte und Oggel UA Cappella Mariana 2015 Im Rahmen der Tage Neuer Kirchenmusik in Bayern SUA E Sankteteisch Papi Fronk Giski der Decay Mache Dich Auf Werde Licht Adventskantate für Kinderchors Gesang Solo Sprecher und Instrumente UA 1989 Dekanat Warendorf Auszug in Kommt wir gehen nach Bethlehem Deutsches Liturgisches Institut TRI 1996 Quatre Pieces Pur Orgü Prilodromantik Caprius Expressionik Hymne Impressionik Fug Barock UA im Rahmen der Tage Neuer Kirchenmusik Bayern Oktober 2006 Edition Musiker Renata Berlin 2013 ISMN 979 050235 0581 Veni Creator Spiritus Für Chor In Kentikenova Zeitgenössische Chormusik für den Gottesdienst Chorbuch des ACV Regensburg Passau 2012 ISBN 9783000039887 2 Nummer 59 Wer glaubt kann widerstehen Bernhard Lichtenberg Kantate für Sprecher Solo Gesang Chor und Instrumente UA 31. Oktober 1999 ZDF Konzert Chor der Hofer Symphonica Wir bauen unsere Kirche neu Für Singstimme Chor Solo Instrument und Klavier Orgel Neues geistliches Lied Text Rolf Krenzer In Musiker Sekre 132. JG Heft 4 Bärenreiter Verlag Kassel 2012 Notenbeigabe S13-15 ISSN 0179356X Zum Engel der letzten Stunde Für Alt-Solo Violine und Orgel Text Jean Paul Auftragskomposition Der Stadthof 2013. Noteneditionen Dieterich Buxtehude Präludium G-Moll Für Orgel Buchs WV 149. Sonat Verlag Kleinmachno 2015 ISMN 979 050254 0326 Dieterich Buxtehude Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen Kantate für Chor SATB 2 Violinen und B C Buchs WV 81. Sonat Verlag Kleinmachno 2016 ISMN 979 050256 04 0647 Tonträger Einhofer Königspaar Die Orgeln in St. Marien und Sankt Michaelis Rondo Production Leipzig 2012. Zum Engel der letzten Stunde Gene Paul Lutger Stühlmeier Szene Kruzikeite Jens Wilkens Eva Gräbner Bald erschwang 2013. Auszeichnungen 30. April 2005 Ehrenurkunde des Freistaates Bayern durch Staatsministerin Christa Stevens 12. Juli 2011 Johann Christian Reinhard Plakette durch Oberbürgermeister Harald Fichtner 11. März 2013 Ernennung zum Musikdirektor RACV durch das Präsidium des Allgemeinen Zezilienverbandes für Deutschland Land Erinde Taty Sie hatten 23. 24. 26.